Ich habe echt Stil. Also Stahl habe ich. Hallo? Noch irgendwer? Hallo? Keiner da. Na gut, wenn keiner da ist, nehme ich das Leben mit. Da hinten liegt noch ein bisschen Munition, habe ich gesehen. Wir müssen wirklich alles mitnehmen. Ich möchte nicht irgendwann Munitionsknappheit erlangen. Und außerdem lag hier Rüstung. Und Rüstung ist immer gut zu gebrauchen. Gut. Es sieht hier sehr aufgeräumt aus. Ich meine, man könnte hier mal durchfegen. Der ganze Sand stört schon ein bisschen. Aber im Allgemeinen sieht es hier jetzt aufgeräumt aus. Man kann immer überall raufhüpfen. Guck mal hier, der hat gar keine Beine. So, Munition ist voll. Dann können wir weiter. Finde den Eingang der Rüstung. Finde den blauen Zugangsschlüssel. Den blauen Zugangsschlüssel. Zugangssicherung blau. Können wir eigentlich auch mit der irgendwie? Ne, mit der können wir nicht zielen. Okay, es geht nur mit der kleinen Knarre. Was ist denn das da oben? Wer bist du? Da hinten. Ich höre immer so komische Geräusche. Was ist denn hier los? Da kommen wir nicht hoch. Kommen wir da hoch? Da kommen wir auch nicht hoch. Ja, so viel zum Thema. Man kann überall rauf. Open World hier. Merke ich schon. Guck mal, der hängt ja auch nur rum. Das ist also die Forschungseinrichtung, wo wir hin sollen. Es wird hier scheinbar nach Öl gebohrt. Der Mensch ist hier. Es wird nach Öl gebohrt. Drücke E. Gib mir mal die Karte da. Danke. Brauchst du nicht mehr, ne? Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich sie nehme. Yay. Geheimnis gefunden. Ja, wir sind halt ein harter Typ und spielen mit Puppen. Kampf-Schrot-Flinten-Modell. Blauer Typ. Was? Ich habe mal extra freigeschreit. Was? Ach so, dann kann ich meine bestimmt... Ach so, das ist besessener. Besessener Soldat. Und imp. Dann kann ich meine bestimmt... Ist sie jetzt blau? Nee. Aber ich kann sie jetzt bestimmt blau einfärben oder so. Warum soll ich eine blaue... So, darf ich mal durch? Danke. So, hier liegt wieder... Was haben wir denn jetzt? Ah, Handgranate. Wie nutze ich sie? F ist Nahkampf. Ich sehe den nicht mehr. Oh, Mann. Ja, lass uns zappeln. Wie nutze ich denn jetzt Handgranaten? Der Reiter Missionen wird die Automap verfügbare Missionsherausforderung und Erkundungsschiene... Ja, okay. Automap. Ach die Scheiße. Äh, wir sind denke ich mal der gelbe Pfeil. Sammelstücke, Echo, Ziel, Rüstung. Ja, wir sind der gelbe Pfeil, weil wir haben hier dieses Sammelstück gefunden. Aha, aha, aha. Datenprotokoll haben wir nicht gefunden oder so. Oder kommt noch. Oder ich blick bei der Karte schon mal nicht durch. Das ist gut. Ähm, ich wollte aber jetzt nicht das. Ich wollte eigentlich... Eigentlich... Achso, hier oben kann ich auch noch was drücken. Arsenal. Im Reiter Arsenal werden verfügbare Waffen und Mods gezeigt. Aha. Ah, man kann sie noch irgendwie aufrüsten, die Waffen. Ah, man kann sie aufrüsten. Aber wir haben noch keiner dieser Geldpunkte. Okay. Wir können auch unseren Anzug verbessern, aber wir haben keiner der Geldpunkte. Und ich hätte jetzt trotzdem gerne, wie ich die Handgranate benutze. Verdammt. Einstellung. Ich muss das erst mal ganz kurz herausfinden. Spiel. Handgranate. Warte, das ist bestimmt nicht hier. Tastaturbelegung. Handgranate, 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 Handgranate. Schein, aha, aha, aha. Keine Ahnung. Waffe wechseln. Nächste Waffe, Waffen, Mod, Einröste, Död. Werden wir schon irgendwie herausfinden. Kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, der da unten zappelt nur. Quasi ein Zappel, Philipp. Nimm mal weg da. Niemand mag dich. So. Oder haben wir noch keine Granate gefunden? Ich bin jetzt verwirrt. Okay, äh, verwirrt sein kann man wann anders. Jetzt wird erstmal hier geballert. Hinten steht ja noch einer. Ne, 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 ne. Der ist tot rumgefallen. Das ist gut. So, was ist hier los? Union Aerospace. Aha. Und das Ding macht genau was? Ich will reingucken. Na, ich darf nicht reingucken. Ja, ja. Cool, die Besessenen scheinen recht einfach zu sein. Das sind wirklich, äh, One-Hitter. One-Hitter. Ein schöner Mars-Wagen. Ein bisschen eingesandet. Aber hier wird ja auch einfach der Sand nicht weggemacht. He, 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 he. He, 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 he. Mist. Erholen die sich aus dem blauen Status wieder? Ja, der blinkte und jetzt ist er wieder. So, zack, hier, Christophs Maul, Junge. Ja, ja, kann es liegen bleiben. Mach dir nicht die Mühe. Mach dir nicht die Mühe. So, den können wir noch zusammenschlagen. Hier, erstmal ins Kreuz treten. Das tut den Leuten immer gut. Was denn das? Da fliegt jemand. So, wir schauen uns natürlich um. Irgendwo gibt es, wird es bestimmt wieder Geheimnisse geben. Ich möchte noch so eine Actionfigur von uns selber haben. Das Munition haben wir voll, weil wir benutzen nur die kleine Knarre. Das ist als erhöhter Schwierigkeitsgrad zu sehen. Nur die kleine Knarre benutzen. So, wir klettern. Klettern. Kommen wir da hoch? Oh ja, fast. Wenn wir noch dreieinhalb Meter höher springen, hätten wir es geschafft. Guten Tag. Nee, 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 nee. Mist. Das Maul, Mann. Immer weg hier. Hey. Ich finde die Glory Kills, aber cool, muss ich sagen. Hey. Und wieder. Hier, geh weg. Warum zertrete ich immer Köpfe? Ist das ein Hobby von uns? Ich glaube, Köpfe zertreten ist ein Hobby von uns. Die haben echt weiche, weiche Masse. Oder wir sind einfach nur mega stark. Kann natürlich auch sein. Will ich nicht, äh, da will ich nicht runterfallen. Ich weiß, viele fallen da runter, aber ich möchte das nicht. Ich bin einfach nicht so casual und fall da runter. Jo. Hier geht's... Äh, gar nicht lang. Müssen wir da runterfallen? Oder müssen wir da hoch? Kann auch da hoch, wenn ich will. Nee, kann ich nicht. Hallo. 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 Kannst du mal bitte da hoch? Danke. Müssen wir da runter? Das würde mich schockieren. Müssen wir hier rauf? Hier rauf. Hier rauf. Da müssen wir garantiert nicht runter. Wäre ja bekloppt, wenn ich da runtergehe. Müssen wir da rüber? Ach du Scheiße. Geranimo. Oh, ach du Scheiße. So, geschafft. Easy, easy. Wir sind ja zum Glück irgendein überstarker Superheld. Warum können wir keine Leichen looten? Ich möchte Leichen looten. Ich möchte gerne in matschige Löcher von Leichen fassen. Hier ist nichts. Da ist... Bist du mein Freund? Drücke E. Was? Explosiver Schuss. Aha. Aufgeladene Slave. Explosiver Schuss. Waffenmord. Felddrohnen liefern dir Waffenmords, die du mit der Mod-Taste aktivierst. Wähle einen Mod, dann wird sie an deine Waffe angebracht. Mit Waffenpunkten kannst du Mods noch verstärken. Ah, jetzt können wir hier Auto-Slave. Halt, der gedrückt und meine Slave von drei Geschüssen. Oder Explosiver Schuss. Ich finde Explosiver Schuss eigentlich geiler. Eigentlich ist ich in dem Explosiven Schuss. Komm, gib mal her. Hallo, der hat... Warum sind wir dann eigentlich so ein Arschloch? Jetzt mal ernsthaft. Warum sind wir so ein Arschloch? Das ist ja nicht normal. Oh, guck mal, der ist ganz... Oh, Mann. Sorry, Kleiner. Oh, der ist voll traurig jetzt. Naja, ist sein Pech. Dann ist er jetzt halt traurig. Können wir auch nichts für, ne? Ja gut, wir können schon was dafür, weil... Naja. Wir haben hier schließlich... Er schenkt uns was und wir schlagen ihn dafür aufs Maul. Ist schon... Ist schon arschlich von uns. Bumm. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Weg. So, sterben. Wäre mir sehr nett. Du auch. Tja, wenn ich wüsste, wie man Granaten benutzen würde, wären die schon tot. Ja, treffen vielleicht. Achso, muss ich aufladen. Alles klar. Nee. Ich bräuchte mal ein bisschen Leben. Da hinten haben wir Munition. Toll, ich brauche Leben, verdammt. Naja, Munition will ich mich auch nicht drüber beschweren. So, erstmal voll mit dem Knie ins Gesicht. Geh mal weg. So, gibst ihr Leben. Danke. Weg. So, hast du Leben verloren? Nee, hat noch nicht mal Leben verloren. Geizhälzer. Kann ja nicht sein. Ich bin doch auch nicht so geizig. Oh, Rüstung. Sehr schön. Ich könnte vielleicht auch mal ein bisschen die Umgebung noch zu uns vielleicht auf sowas schießen. Ja, oder auch nicht. Hätte er sein können. So, kommen wir da rüber? Kommen wir da hoch? Kommen wir da hin? Wieder hin. Da ist Muni. Naja, kommen wir vielleicht schon anders hin. Kommen wir da rüber? Hier ist nichts. Nichts können wir hier nachher hin. Speicherpunkt erreicht. Das ist gut. Dann können wir jetzt ja auch mal wieder sterben, wa? Das wäre ja mal wieder sehr schön. Multi-Kill? Ja, bewegen. Weg. Ja, da hätte ich vielleicht, äh... Ist der andere gestorben? Ja, wenig Gesundheit. Ich muss mehr ausweichen. Ich muss definitiv mehr ausweichen, habe ich das Gefühl. Du, Chris, aufs Maul. Mist. So, ein bisschen Leben haben wir bekommen. Ich habe ja gesagt, Speicherpunkt, da können wir auch sterben. Guck mal, die klettern da jetzt immer alle hoch. Komm mal rüber. So, hier aufs Maul. So, irgendwo ist hier aber noch einer. Hier geblieben. Warte, ich liebe dich. Hallo? Kannst du mal auch schon wegzulaufen von mir? Da hast du. Weil du weggelaufen bist. Obwohl ich dich liebe. So, hier wieder ein Glory-Kill machen. Schön. Gewöhnt man sich dran. Wüstung. Oha, oha, oha. Kommen wir von da an? Ne. Hallo? Hey, eine Puppe. Geheimnis gefunden. Wieder eine schöne Actionfigur. Du hast hier einen Waffenpunkt verdient. Cool. Dann können wir ja jetzt sogar unsere Waffen halt ausrüsten. Imp-Modell. Aha. So, ich habe da hinten aber noch einen gesehen. Naja, ich weiß ja, dass da... Ist ja alles gut. Alter, das sieht schon echt immer krass aus. Immer krass nennt man das heutzutage. Das ist eine Mischung aus immer und krass. Das ist halt immer krass. Das erklärt sich von alleine. So, hopp, zwei, drei... Wer stöhnt denn hier ständig? Ich stöhne doch auch nicht. Also derzeit nicht. Zack. Zack. Huhu, huhu. Wie geht's? Hey. Boah, der... Ach nee, der ist tot. Der ist aber, glaube ich, eher vor Schreck gestorben. So, wir sollen... Wo sollen wir hin? Achso, das ist eine Karte da oben. So, einfach ballern, ballern. Aua. Ausweichen, Junge. Ausweichen. Hä? Weißt du was? Ich komme zu dir. Lauf nicht weg. Ach, warum lauf dir denn immer weg? So, hier. Hast du davon. Ja, du bist zwar nicht derjenige gewesen, der wegläuft, aber... Du musst es halt herhalten. Ganz ehrlich. Wenn der wegläuft, so... Der ist bestimmt hier reingelaufen. Da ist er. Der Scheißer. Da hast du. Matschkopf. Alte Matschbärne da. Achso, das war ein Weg. Wir sind wieder zurück. So, hier kann man runter. Ich glaube, da schießen gerade welche auf uns. Hier kannst du haben. So, jeder Gegner scheint irgendwie Leben zu verlieren. Und Munition. Und Kisten. So, ich habe hier noch irgendwo was gehört. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Kann auch sein. Wäre bei mir auch nichts Neues. Ich habe sehr gerne sehr viele Einbildungen. Das klang jetzt aber so, als ob das riesig war. Naja, vielleicht ist das auch nur ein Du. Kann den Körperteile abschießen. Super. Ich bin so stolz auf mich. Hier. Wenig Gesundheit. Alles explodiert hier. Ne, 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 ne. Danke für Gesundheit. Danke für Gesundheit. Oh, hier liegt Gesundheit. Hey, volles Leben. Ja, ja. So, Muni haben wir. Nicht mehr so arg viel. Warum laufen die denn immer weg? Was sind denn das für welche? So. Ah, du da oben, Alter. Du könntest auch da. Ey. Klatsch. Peng, 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 peng. Ich will seine Knarre haben. So, jetzt ist er aber tot. Geh mal weg. Danke. So. Sonst noch irgendjemand, der hier aufs Maul will? Ist gar kein Problem. Ist genug Futter für alle da. Wunderschön. So sieht der Mars aus. Wenn die Menschen da sind. Eigentlich war es hier mal ein grüner Planet gewesen. Dann kamen die Menschen. Dann haben wir ihn ausgebeutet. Immer diese Menschen. Finde ich nicht gut. Kann ich nicht gut heißen. Södela. Hopp. Zwei, drei. Und drei, zwei, hopp. Wo geht es denn jetzt hier lang? Alter. Was ist das? Ich explodiere auch nicht einfach in deinem Gesicht. Könnte auch ein Porno-Name sein. Ich explodiere in deinem Gesicht. Ich weiß nicht, was du dir für Pornos angst willst, Junge. Gemütliche. Lehrreiche und Kindertreue. Hier ist auch nichts weiter. Haben wir noch irgendwas hier Schönes in den Kisten? Oh. Sehr schön. Munition voll. Andere Seite haben wir auch noch eine Kiste. Da ist Leben. Wir brauchen gar nichts mehr. Sei denn, es gibt Geheimnisse. Wir müssen ja zumindest gucken. Die Kiste steht so weit weg hier. Oder der Wagen. Da muss was. Ja, gut. Okay. Naja, wir haben auf jeden Fall alles Max. Das heißt, wir sind super. Ja, das heißt es. Ah, hier gehen Türen auf. Wunderschön. Finde die Ursache. Finde den eigenen. Jetzt seit 229 Tagen ohne Unfall. Glückwunsch. Ja, hat sich auf jeden Fall gehalten. 221 Tage ohne Notfall. Das ist irgendwie nicht... Ja, danke. Toll. Sklavenarbeit. Deswegen gibt es die 7 Tage Woche. Dann könnt ihr immer bei euren Kollegen sein. Meine Kollegen sind scheiße, man. Willkommen bei der USC. Jetzt seit 229 Tagen ohne Unfall. Der erzählt uns nichts Neues. Aber ich weiß auch jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Was war unsere Aufgabe? Das Rote am 7. Tag. Wie weiter erwähnen wir schon ohne zu wohnen. Die USC strikt überragende Leistungen. Daher ist die 7. Tage Woche. So können Sie an der Seite Ihrer Kollegen jeden Tag an etwas Großem arbeiten. Hören wir nicht, dass alle abzustehen. Machen wir das. Verlassen. Hui, wir haben es geschafft. Die UAC. Herausforderungen. Nicht verfügbar. Kampf. Nicht verfügbar. Erkundung. Yay. Extra. Wir haben einen extra vergessen. Eine Elite. Es gibt auch noch eine Elite-Wache. Okay, es gibt eine Elite-Felddrohne. Haben wir gefunden. Nur die Elite-Wache haben wir nicht gefunden. Schade. Na gut. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir setzen das jetzt weiter fort und drücken Fortsetzen. Ressourcen-Operation. Befreie aus deinem Gefängnis im Kampf um den Bösen. Ich kann heute irgendwie nicht lesen. Deswegen lese ich jetzt gar nicht. Aha, das wird sehr hübsch. Die monische Quellen in Versionen zu finden, musst du zunächst die Kommunikations-Satelliten und der Ressourcen-Operationszentrale neu ausrichten. Okay, wir müssen Satelliten ausrichten, also hol die Leiter. Wir müssen aufs Dach steigen. Achso, ich muss Leertaste drücken, um fortzufahren. Ja, ist natürlich... Krieg mal hier irgendwas auf die Reihe. Kenne dein Feind. Ja, Jürgen. Ja, Jürgen.